Ich lerne Deutsch. Nummer 8783 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Als das Kind den Zauberstab schwang, erschien plötzlich ein funkelnder Sternschnuppenregen am Himmel. Begeisterung ist der Funke in deinen Augen, der die Welt zum Leuchten bringt. Eine Kuh steht auf der Weide. Eine Kuh steht auf der Weide. Ich traue mich nicht, an ihr vorbeizugehen. Die Aussicht von diesem Berggipfel ist einfach nur ausgezeichnet. Die Aussicht von diesem Berggipfel ist einfach nur ausgezeichnet. Die Fähigkeit eines Kindes, eine Sprache zu erlernen, ist ein Wunder der Natur. Die Fähigkeit eines Kindes, eine Sprache zu erlernen, ist ein Wunder der Natur. Die Fähigkeit eines Kindes, eine Sprache zu erlernen, ist ein Wunder der Natur. In der Ruhe liegt die Kraft, aber in der Aktivität liegt der Fortschritt. Ein sonniger Tag erinnert uns daran, dass auch nach einem Gewitter wieder die Sonne scheint. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Fähigkeit eines Kindes, eine Sprache zu erlernen. Die Fähigkeit eines Kindes, eine Sprache zu erlernen. Und dann geht es mit der Aufmerksamkeit. Die Fähigkeit eines Kindes, eine Sprache zu erlernen. Die Fähigkeit eines Kindes, eine Sprache zu erlernen.